und wir begrüßen euch sollte der papieraufnahme jetzt gestartet ich hoffe mal ja dass sie die aufnahme statt dass damit es nicht getan ist dass das wir ganz schön dumm gewesen ja wir haben herausgefunden und wo jill ist sie war irgendwie in so einer kapsel aber war sie nicht drin und haben haben wir noch eine nachricht bekommen und jetzt müssen wir finden und alle töten oder so ich habe auch ich habe nichts zum heilen du hast noch ein grünes kraut naja ja sogar zwei gründe heute aber ich habe noch ein bisschen laufen etwa flächen rot bin ich weiß dass du das und lustig dass du hast dich das mit daten versuchst du mit dem sicher irgendwo hier gibt aber ich weiß nicht wie man ja weiß jill war ja damals brünett und allein weil weil sie hier als versuchskaninchen gedient hat haben sich ihre haare gefärbt wissen die meisten leute ich sage nicht oder sie kommen irgendwie nicht so setzen irgendwie so die putze teile so zusammen naja nur damit es will wissen jills haare waren waren gewesen evil 1 halt brünett und hier ist sie halt blond ja und deswegen sind einige leute mal verwirrt gewesen warum ist ja ein grund ja weil sie hier als versuchskaninchen gefangen gehalten wurde also ich wusste ja da wo ich kein anderes weil in der liebe ich wusste es ja auch den rotes kraut aber gold das macht uns auch nicht das macht es auch nicht besser das sind eigentliche soldaten das ist ja bestimmt weil wir sind auch und wir haben auch was aber das ist ja was wir und einfach nein sehe ich nicht das ist noch ein grünes kraut ich habe ihn so lange den schrift geschossen bis er gestorben ist ich habe ein vergabeltes ei gefunden das war ich mir das war ich mir auf wir sind super selten und ich habe noch ein weißes und ein braunes ei ja dann krieg ich mir wahrscheinlich dass schiebt mensch da gibt es irgendwie nach hiefe da man jemanden mit vergammelt bei irgendwie da war ja aber nicht wie man erwacht faktetik neisen beim text und eisenhelmen ja nein machen wir nicht für alles verantwortlich da sind ja noch mehr nein ich habe hier nicht das rote kraut wo waren sie im leben ob aus dem gelegen mucel und sommer hätt von der ur – das sollte sichere weste wäre eigentlich schlecht noch tun noch ein rotes kraus irgendwo habe ich gerade jemand gehört ja runter durch duellieren ich habe auch einen elektroschocker kommt er ja nicht runter ich habe die maschinengewehr positional eingesammelt und ich habe nichts dafür getan hatte ich gebe dir mal das rote kraut ich komme nicht mehr irgendwie versuchen irgendwie so mädchen anzubaggern und und so die hände so an die schulter an die wand lehnen so ich wollte ehrlich gesagt auf die linke seite ja ich weiß dass auf die linke seite wollte das ich habe da nicht ich habe warte moment hier ja ja echt schlechtes timing bleiben sie bitte weg so jetzt reicht es da war ich gerade sagen ob er das ist das hat er noch auf wir sind die einzigen der pistolen haben dürfen da läuft irgendjemand durch die gegend ich wollte ihn überraschen das rote kraut das war ich nicht das war der wind das eingesammelt meine nase juckt jetzt dass wenn plötzlich die nase anfängt zu jucken dann muss man kratzen ich wollte den typen überraschen hat nicht gesehen dass da noch mehr waren aber ich habe gerade noch mit schiebt mitbekommen jetzt fahrschule musik einführen ja also es ist auch ja wenn wir noch lebt dann dürfte es ja auch noch leben dabei heruntergefallen ja zusammen kommt auf das tollen mit den 6 warte ich gebe dir lecker und den einschuss irgendwie gedacht hat man sich an die vorbeischreifen soll irgendwie schon aber wir sind doch keine self-männer noch eins mit dem magnum genial echt schnell dauern meines waren vier liquor gewesen in resident evil 2 war waren die sehr viel schlimmer das ist schon das remake gespielt ich meine ich habe es hier auf steam mehr oder weniger als gleiches spiel ich sagen ja aber du solltest bei den zweiten teil spielen ja braucht der dritte teil ist auch super jetzt jetzt wird es langsam ist die freunde ich habe keinen ja wir gehen mal ein bisschen zurück ich bin mal ein paar gewähren bisschen besser oh ich dachte jetzt Deine Genei fahren hier vorbei, der ist über dir, der ist hinter dir, die zwei sind hinter dir. Oh, wow! Oh nein, nein, ich bin gut. Ich bin gut gelassen, tot. Nein! Ich muss ein bisschen weiter wegnehmen. Warte mal, jetzt können wir das mal austesten. Ich mach das mal eben weg. Ich hab alles. Und, was haben wir bekommen? Bis jetzt noch nicht. Wahrscheinlich muss erst die Mission noch starten. So, okay. Ich hab keine Schätze. Nein! Na, warte mal mal. Äh, ja. Komm mal. Wolle nicht. Wolle Moni weg. Vielleicht über Gewehrmonition. Wolle weg. Warte mal. Warte mal. Hm, und das was bekommen? Nein! So. Warte, warte mal. Oh, oh, oh. Okay, ober. Das geht schon. Geht's, wir beide an. Kannst du beide anstehen? Okay. Ich kann beide anstehen. Doppelflot. Hüff. Eins. Oh. Oh. Uff. Oh. 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 Und das. Okay. Noch ein Möwenherz. Zeige Maschinengewehrmullition, die ich nicht mitnehmen kann. Moment. So, äh. Wir haben angefangen und gehen da vorne und rennen dann wieder den ganzen weg und sobald die sporen meine ich was irgendwie nicht tun damit du musst auch noch kommen wir sind intelligent oder auch nicht und da war es hier ich glaube ich weiß hier ja sagen sagen wir mal zwei beiden gerade bezieht und die gesporn sind in den schritt haben die haben die viecher überhaupt einen schritt jetzt nicht mehr ich kann zwar auch wenn die ganze tipp ansprünge zu machen lecke mario und er auf seine drama queen zu sein wollen die mal und rennen weg und ich war die schon mal ein bisschen ab da ist auch hier schon gerade ja sind ganz schön viele lecker haben sie das ist so fucking viele lecker Oh ok es hat mir irgendwie keine schieb mitgebracht lagern die mal ein oder so vielleicht ja wollte ich gerade tun entfernen 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 vergabelt man weiß nicht immer abkommen wenn sie nachher auf steam nummern nachschauen und sobald wir sobald wir hier fertig sind beziehungsweise wir wenn wir die aufnahmung für heute beenden aber auch machen wir weiter jetzt jetzt wird es geschafft ich habe schon mal die magnum und gebe ich den mein kraut dazu kannst du direkt kombinieren ich habe den grünen ist da kannst du ja auch kommen das ist ein blöbnerz maschine ja 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 jetzt sind solche drama queens das schlimm nicht wahr jetzt wird geschafft ja jetzt machen fertig was gezeichnet bitte so genau so eine granate da rein aber sehr gut wenn wir zum weiter weg gehen drauf das stippt somit nachladen das war alles nachladen ich habe ich habe fünf plätze frei ausgezeichnet ich merke schon leute alle hilme auf jose doch hier ist eigentlich so so dass sie dich zurückschießen können das steht eigentlich gegen die regeln wir sind die die schießen ja meine richtung unter das gesehen ist voll oder gefallen ich kann nicht sehen ist gold 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 einig irgendjemand mit explosions fast neben den abschossen jetzt auch vorweg geflogen nice und da du ja so gerne best office hat habe ich schon einige clips hier breite halten ja auch super ich weiß nicht einmal jetzt wieder so stark und jeweilig bearbeiten werde also highlights habe ich jeden fall und das beiseite gelegt wahrscheinlich einige highlights wo ich bestimmt ganz dumm sterbe in den ersten part ja in den ersten part ja in dem erst wo wir so häufig gestorben sind ja aber ich möchte mich besser kaputt machen lassen wir ihn beiden spaß haben jetzt ab jetzt müssen wir auf dieses förderband drauf ja genau hier du erst mal und ich wollte sagen sei nicht vorbei ich glaube davon vielleicht mal leute oder so abnehmen wollen oder so und ich glaube da muss ich überhaupt hin weiß ich wo ich hin muss das auch hier ja 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 ausmachen dafür ein bestimmten grund aufmachen warte ich kann dir das grüne kraut geben du hast nämlich kein kurs der hat abgelebt was macht ja nur mit mal erst mal na also wir schon gegeben möchte ich da stehen werden Aber da oben sind da, glaube ich... Die Dinger... Raubschießen? Jetzt kommt einer. Jetzt nicht mehr. Au! Nein! War denn deine Beine in den Auge gepanzert? Habe ich die Arme? Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie auf die Kniescheibe geschossen. Das Auge gepanzert. Warum sind die Auge gepanzert? Ich bin gleich da. Nur kurz Geduld. Halla. 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 Die kommen immer näher. Die kommen näher und näher. Die bewegt sich noch nicht, meine... Die steht auch noch auf dem Fließband, ey. Ja, wollte ich nur ganz sagen, die stehen nur auf dem Förderband drauf. Ich habe keine Pistolen mehr. Nein! Oh, oh. Ja, warte! Ich sterbe. Nein! Warte, rollst du mir rüber. Rollst du mir rüber. Eventuell. Oh, ich bin tot. Ich kann Schätze verkaufen. Warte, ich habe noch ein grünes Kraut. Kann, ich kann Schätze verkaufen. Ja, ich habe Schätze verkauft. So. Oh, jetzt reicht's. War ich da jetzt nicht erreicht. Ja, 5 Löwenherzen nicht. 2.500, eh. Ja, jetzt 12.500 Asche. ich habe kein geld wenn man allerdings auch über sich ihre beste ich habe ich habe das geld dafür benutzt meine meine beckenung zu verbessern ich glaube ich kann nicht keinen park bringen ja nur für bringe nur tausend welche alle verkaufe hier überhaupt keine sind auch da ist das wie das grüne kraut grün basilikum eingesammelt das dort haben wir einen ein ich weiß nicht habt ihr ist tot durch das ganze voll voll jetzt so voll so soll es gehen so einfach ganz gehen ja alles was ich machen muss jetzt einfach nur wie ein peiken ganz hinten stehen ja und noch was ich habe das rote kraut ich habe nämlich noch nicht aber den roten basilikum ich habe nämlich noch grün basilikum und ja ich ja du hast was mal erst war so hat diese ganze massen positionell erst mal ein ende ich rufe beim dienst bei dienstaufsichtsbehörde an ich glaube irgendwo gibt es eine neue waffe im leben im schrottcontainer eben schrottcontainer was macht das nicht mal machen das denn auch das einfach nur knapp hier sehe ich schon abstehen so gewährleistet hat das kampf platz hier text was drin einrichtung denn es war da drin ja sg 556 kein saft ein orangen sagt welche welche sagt so sollte magst du am liebsten multivitamin ist auch ist ganz cool ich mache auch orangensaft apfelsaft kirschsaft es gibt ja es gewisse sind richtig guten sagt als apfel und kirsch mit drin das ist super ja so von capri sondern es ist so eine eigene saft kälte rei tatsächlich die machen das selber möchte nachher mal sagen das ding bewegt sich bewegt sich hier über uns das denken ich merke man sieht doch die beste dich anhaben kann ja super und soll ich das punkt gerät schreie doch einfach oder was da draufsteht uro burtos wir haben wir damit rote folge ich nicht aufsammeln kann mir sehe ich will welche haben ich habe nämlich nicht so viel das sind ja auch noch kisten und der schrotgewerf meins kann 16 schuss passen das ist ja glaube ich nicht so dass die teile dass diese lässt ausgeschritten sind ähner und so bewegt sich danach alles gut und überlegen sich jetzt auch ja folge sagt er hätte ich eine menge aus doch das wellen warum hätten wir so viel aus der stein gemacht nicht der stein der weisen ich habe so so viel position an dies ist eine faktisch war da verloren das was ich jetzt mache eben umlegen da lag jemand drauf hast gesehen na ja wir legen eine menge leute kette das war ja da wollte ich gerade sagen kette nur noch mal hier war zum klauen abend ja 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 nein nein ja jetzt haben haben wir glaubten genügend menschen umgebracht einige von den waren schon tot mit schön knusprig werden jetzt kann ich sie mitnehmen aber ich habe keinen grad werfer dabei das kommt ja auch noch weißt du dem geht es gut wir sitzen da bestimmt so bequem die rückkehr ja Es ist ein Philosophers-Stone, einer, die durch D.N.A., die weitergehen wird. Meine Vision und seine Verbindung haben jetzt eine Realität. Evolution? Was bist du? Oh, du findest das bald. Jeder will. Du bist ein Spaghetti-Bahn. Spaghetti! Ja, das ist K! Der ist Spaghetti-Bahn. Oh, 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 oh. Ich hab noch einen Aufruhr in die, um das Problem zu tun. Das ist toll. Ich hab noch nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab noch mal. Danke! Boah, das ist kaut. Boah, das ist der Selbstspray. Ich muss mal mit. Ja, da ich te fang. Wow! und so kochen wir heute spaghetti die rückkehr von kochen mit master unter dazu noch dazu noch eine prise pfeffer und ein bisschen salz ja ja ich bin ehrlich ich weiß nicht genau wie dieser kampf funktioniert also er könnte mir dann lange dauern vielleicht vielleicht wissen wir aber nicht vielleicht machen wir es ja auch ganz schnell fällt indem wir die spagetti gleich richtig schön kochen wir haben gelegt ich halte doch so ein bisschen hin wenn es ist bis der flammenwerfer wieder aufgeladen ist kein kohlen und so liegt aber ich kann mich auch aber ich glaube aber dringend einsammelt juhu auch noch ein erster Spray nein das Maschinen gewährleistet die ich nicht mitnehmen kann wo soll er jetzt waa oh isa hallo weh 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 so werden Spaghetti gekocht weh 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 tired weh 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 ich habe eine granate das war eine granate ich bin noch mal die zonen war ein maschinen gewährleistungen euch nicht noch bis vor in meinem sohn aber bis auf einer maschinengewehr muss so besser links und wenn er nichts dagegen das hätte schruttgewehr munition mitnehmen und kein Schroffgewehr. Ich hab dir Schroffgewehrmulsion gegeben. Ja! Ich musste den Flammenweffer gerade ablegen. Ich musste ein. Okay, ich lebe. Ich muss ein! Eww! der muss jetzt auch mal so langsam tot sein mir geht nämlich so langsam die in die munition aus wenn man ein ding hier kommt wenn man darauf wird man schließen da nix ja gar nicht oder es war genau ja bitte der gibt aber die gibt auch nicht auf er will sich wirklich nicht geschlagen geben sind die widerstandsfähigsten spagetti die jäger abgabe hat es mir schaden gemacht ich werde sterben und das sind sein dass er nicht stirbt machen wir irgendwann falsch Nee, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht genau wie der Kampf funktioniert, ey. Er schießt die ganze Zeit auf die gelben Dinger. Ich auch! Ich weiß auch nicht, was genau der Flammenwerfer macht. Ob der irgendwie was helfen soll oder so. Ich weiß nicht genau wie der Kampf funktioniert. Komm ich noch nie bewusst. Oh, warte mal, ich sehe da, warte. Ist das so? Das ist so. Das ist aber erste, bis bald. Bis bald. Ich hab nur noch die Wärmung nicht schon. Verschlossen. Warte auf. Ist doch bei dem Markt eine ganze Zeit Game Dinger na, ey. Wieso sollen wir die denn alle auf einmal platt machen? Wollen die weg. Ich hab hier einen Flammenwerfer. Habe ich. Oh oh. Ich bin tos. Alles убийство, aber wird mit dir bleibringen. Ich weiß sogar auch. Nein, okay! Na doch doch mal. Ahh! Boah! Na doch noch mal! more ehrlich钱?! die brandgranaten müsste ich jetzt eigentlich mitnehmen aber dann kann ich nicht vielleicht kann ich die schutz das da nicht mitnehmen warte im moment wenn die sg werde ich mal weg tun nein noch nicht schutzlöse verkaufen bist du bist du das wahnsinns ok ich bin bereit noch was verbessern nein doch kann ich ja so ehrlich gesagt nicht genau was man bei dem macht also finden wir es jetzt heraus ich meine ich feuer werden Ich weiß nicht, dass ich einen Backstelle irgendwie aufgedeckt habe, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Ich habe aber die Krieglinger, ne? Ja. Ja, ich habe nichts mehr. Ja? Ja, das war ich nicht. Ja, dann das Ding. Also die Pfandkanade. Ich bin mit. Ich glaube, wir haben einen Kollegen. Ja, hier geht's. NOOOOO! Das kommt in handy. der ist genau vom flammenwerfer natürlich warte mit einem namen ab ja und ausgewicht in dem da rein holten ja gut makes sense mein flambeer mal Okay, okay. Okay, okay. Ich bin dein Name. Oh, das war doch. Ich bin dein Name. Ja, ich bin weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin fort. Oh ja. Auf geht's. ich werde mich nicht getroffen ich habe das ist mir doch schon gezückt ja ich habe es noch gehört wartet jetzt moment okay ja aber die mauer Ok, ich dachte ich wäre sicher. Ups! Hold on! Wir müssen auch besorgen, dass das passiert. Ich weiß es nicht. Ah! Ich hätte ja immer ne paar Sekunden. Ja. Aber eine, such du den mal mit Flammenwürfel zu machen. Dann kann ich ihn ja bitte mit Schroten bearbeiten. Naja. Au! Was soll das, ey? Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin ja nicht da geblieben. Ich war mit der Brandgranate. Ja, oder das? So, dann mach ich mal das da. Oh hier! Ich bin ja nicht da. Ich bin ja nicht da. Ich bin ja nicht da. ja 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 ich weiß noch ein erster hälfte feuer und heute aber das kraut warte du hast du hast ein grünes kraut ich komme mit ein bisschen feuer ich komme mit ein bisschen feuer ich habe keine schrubfunktion mehr immer dein grünes kraut ich habe keine schmerzen ich habe keine schmerzen ich habe keine schmerzen Ich habe ihn vom Kupfer gesehen. Ich bin gerade einfach random ausgewichelt. Ich bin gerade nicht mehr, aber ich bin gerade nicht mehr. das mit dem leben ausbrechen bist du ja heil uns der kong guckte bei deiner energie an hast du gerade deine energie gesehen ich war ja gar nicht mehr zu sehen wir haben auch ein ding ja 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 Okay. Keine Ahnung, ob wir das richtig machen. Keine Ahnung, ob wir das richtig machen können. Ich schreibe ihn hier. Komm, 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 komm. Okay, ein guter Mann. Da gibt es nur noch mehr. Irgendwann... Äh, glaub ich falsch. Nur WAS machen wir falsch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich hab noch einen Schlammwerfer. Ja, da haben wir nichts mehr. Oh. Ah, der... ...weil in der Schirke. Oh. Oh. Bleh. Oh. Oh. Keine MG-Mutition mehr. Oh. Oh. Du hast kein MG. Oh. 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 Ich hab noch nicht Hilfe. Ich weiß nicht. Aber warum benutzt er es nicht? Ja, warum benutzt er es nicht? Ja, warum benutzt er es nicht? Thanks. Na. Ja, eigentlich nicht mehr. Wir sind sowieso mit Einschlag weg. Ja. Da. Ja. Da. Oh. Bist du nicht? Ja, ich habe schon bald keine Munition mehr, um irgendwas zu machen. Was ist das? Das kann doch nicht sein! Ich würde mal vorschlagen. Wir schauen gleich mal nach, wie der überhaupt geht. Wir machen dann vielleicht erstmal eine kleine Aufmerksamkeit. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr machen. Ach komm, bring uns um. Der hat doch keinen Sinn mehr. Ich habe noch ein bisschen Schuss. Ich habe noch ein Messer. Lass mich jetzt einfach bitte sterben. Ich will doch nur sterben. Ich habe noch einen Planwerfer. Oh Mann. Nein. Das ist schon fast so. Danke. Wie es weiter geht und wie wir diesen Boss besiegen, das sehen wir im nächsten Part. Ja, ich lade hier nur dran irgendwie wahrscheinlich. Ja. Bis dann. Ciao. Ja. Vielen Dank.